Und ein herzliches Willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ja, das letzte Mal haben wir hier in Darkwater neu angefangen. Wir können hier die Leute anscheinend hauen oder erschießen, was ich beides nicht möchte. Hallo? Oh. Ich denke... Nein! Ach, komm schon. Also das passiert, wenn man zu nah an sie drangeht. So, ich würde sagen, wir rennen. Oh, das ist sehr gut. So, wir verstecken uns erstmal hier, ne? Kann ich diese dämliche Waffe wegstecken? Ich will nicht aussehen jemanden erschießen. Die sind doch alle... Ja, ja, ist in Ordnung. Ach ja, wir warten einfach mal ganz kurz hier. Wir haben unseren Tee dabei, ne? Heute übrigens, ähm... Malve. Mh. Ah, lecker. Ja, gut, die sind weg. Wir können gehen. Äh... Hä? Das war knapp. Das war sehr knapp. Wacht der auf? Und wenn ja... Nein, der wacht nicht auf. Der ist wahrscheinlich auch tot. Okay, wir können hier lang. Ich habe aber eine Sache, die mir einfällt. Ähm... Wir hatten hier ja so eine Tür. Und die konnten wir nicht öffnen, weil... Die konnten wir nicht öffnen, weil dafür waren wir nicht gut genug zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben ja jetzt gelernt... Wir wissen ja jetzt, wie man Schlösser knackt. Äh... 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 Toll. Hä? Ja, ja, ich... Ich weiß, euch geht es allen total super. Ihr seid... Äh... Kontrolliert durch... Das Böse. So. Ist jetzt auch der mit der Kappe weg? Würde mich interessieren, weil dann kann ich den Steg runter. Hihihihi. Okay, die gucken doof. Ja, es ist... Haha, sehr schön. Juhu. Das freut mich. So, dann können wir nämlich jetzt hier runter. Und wie ihr euch sicherlich erinnern könnt... Ich glaube, ich glaube, das war in der... 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 So... So... Ihr seid jetzt alle nicht mehr... Das ist gut. Man kann die Akko machen und dann... Äh... Kann man abhauen. Dann gehen wir da wieder rein, ne? Äh... Moment. Müssen wir jetzt wieder da rein, wo wir vorher schon mal drin waren? Oh. Äh... Ja. Okay, die Kett ist also... Ja, ja, ich muss ja auch nicht das machen. Ich muss nur... Haha! Okay, äh... Kann ich jetzt die Tür hier aufmachen? Äh... Ich... Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht... Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ja, mach die Tür zu. Geh fort. Oh. Ja. Ich... Ich hoffe, die Kett ist... Äh... Ist gesund. Äh... Wo ist denn die Kett? Kett. Äh, wo bist du denn, Käthe? Sind wir denn eigentlich quitt? Also, das wäre jetzt so die Frage, die sich mir stellt. Sind wir dann quitt, wenn ich mit der Käthe das jetzt so mache? Ach ja. Wer hätte das gedacht? Die Walfangstation. Du siehst mich nicht. Legt die Waffe weg. Ja... Und? Was macht ihr so? Wir verstecken uns ganz heroisch hinter einer Kiste. Jo. Komm her. Weiß du... I don't want to see you. I don't want to hear you. Okay. Was ist da oben? Okay. Wo ist denn die Cat? Die ist doch nicht in der Walfangstation, oder? Würde mich ein klein wenig irritieren. Ich würde vermuten, sie ist entweder in der Kneipe. Nein, 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 nein. Nein, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Boah, nein. Boah, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Na, mach doch die Augen zu und schlieb, äh, und halt dir die Ohren zu. Dann, äh, bin ich gar nicht da. Ist fast so. War die Tür, ich hab ja gar nicht drauf geachtet. War die Tür jetzt auf? Die gehen alle wieder auf ihre Positionen zurück. Was ist hier passiert? Ne. Ne. Da oben ist die Tür zu. Da ist die Tür zu. Müssen wir also zur Walfangstation. Die Tür zu. Die Tür zu. Ich bin die Tür zu. Entschuldigung. Hallo. Wieso ist hier keine Tür auf? Oh, meine Güte. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ja, ich guck mal, was hier hinten ist. Oh. Oh. Äh, warten wir auf mich. Oh, scheiße. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Oh, nee. Oh, nee. Ich will ja, ich will eigentlich der Cat helfen. Ich weiß, die ist jetzt nicht der... Obwohl, eigentlich ist die auch nicht nett. Die sind eigentlich alle nicht. Aber wo ist die Cat? Hm. Wo? Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Das ist mein Problem. So, Moment. Wir gehen nochmal hier rein, ne? Da ist abgeschlossen und da oben ist auch abgeschlossen. Hm. Schwierig, wenn ich Mitchell das gebe... Da gibt er mir wahrscheinlich einen Schlüssel, um da reinzukommen. Aber dann stirbt Cat. Wenn ich der Cat das gebe... Dann stirbt halt er, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich sonst da reinkommen soll. Jo, komm her. Haha, ist ein Unge... It's my body. Only I have the right to eat it. Unsichtbare Wahn. Hahaha. Ja, dann geh doch away. Joa, ähm... Also wir können dem Mitchell... Wir können hier dem Mitchell helfen. Dann sterben war... Dann stirbt aber halt Cat. Ich frage mich allerdings, wo die Cat ist. Das Problem ist, da oben... Nee, nee, nee. Ist die vielleicht da unten am Steg? Das Problem ist, da oben 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 ist. Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler. Nö. Äh... Ach, das ist aber gut. Ho, ho, ho. Wisst ihr was? Äh, ich... Äh... Ja... Nee, ich will die nicht erschießen. Aber wieso kriege ich die Schlüssel... Also... Wahrscheinlich kriege ich da einen Schlüssel, ne? Ich kann nicht mehr nehmen. Ja... Ich kann nicht mehr nehmen. Ja... So, dann nehmen wir hier noch einen... So, dann nehmen wir hier noch einen... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ich hoffe, wir können da oben jetzt in die Tür rein, ne? Und ich hoffe, wir kriegen da den Schlüssel für die Whaling Station. Oh... Woah... Woah... Okay... And when they found me, they ate my flesh, and my flesh granted them powers and revelations. You are getting closer, Truthseeker. Truth, the ultimate truth, not truth. If I have only to listen to my mind, then it will only be a matter of time before I know how quickly it is. It will be the end of God, be they ancient and powerful. The Seeker is not your savior. There! Stop losing your powers, I will never again once you come to. Fire is enough, they've built enough, get you? Targen. Okay, also der Mann, wir haben leider wirklich den Guten, glaube ich, gekillt. You need a Truthseeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him you cannot know. Hastur? Oh! Whoa. Track. Track the truth like the bloodhound you are. Oh, die Cat ist hier. Oh, die Cat ist hier. Fizzroi hat alle Wege von der Insel wegzukommen und zerstört. Attention everyone, I want all the boats removed from the bay. Immediately sailing boats, small boats, everything that floats. No one can escape us now. Their fates are sealed as a great lord will rise from the death. No one can escape his craft soon, my brothers. We will rejoice because the long awaited moment is no up in us. Ja, also Achtung an alle. Ihr sollt alle Boote aus der Bucht entfernen. Segelboote, kleine Boote, alles das auch nur irgendwie auf dem Wasser treiben kann. Keiner kann uns nur noch entkommen. Ihre Schicksale sind besiegelt, wie der große Lord aus den Tiefen hervorsteigen hervorkommen wird. Keiner kann sich seinem Einfluss, seiner Klaue entziehen. Und bald, meine Brüder, werden wir froh locken, denn der lang erwartete Moment steht uns bevor. So. Ach, sehr schön. Ja, ja. Da ist die Cat. Ja. Und ich sehe, wir haben schon wieder Überlänge. Das Schleichen hat etwas länger gedauert. Wir werden die Cat heilen. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu. Bis dahin, euer Yisho. Ciao.